So ist das mit den Stiefmüttern und Stiefschwestern, liebe Kinder. Die sind so piek, die sind so fein. Der Prinz tanzt auch mit uns. Oh, da kommt er. Edler Prinz Edelhardt. Können Sie euch vielleicht Kinder, Momoyen oder jemanden. Wenn der König einmal abdankt, so geht das nur, wenn der Sohn eine Braut hat und baldigst Hochzeit ist. Der trinkt es. Warum soll ich denn die Trennstufen eigentlich mit Pech bestreichen? Eine kleine List des Prinzen, das versteht ihr. Mir habt ihr doch diesen Trennst besprochen. Edler Prinz Edelhardt. Ich werde gerne mit euch tranzendet, Edelhardt. Ein andermal. Das lasse ich mir nicht bieten. Unerhört. Das Verhalten des Prinzen. Ja, nach Hause geht's. Los, hol dir die Töchter. Nein, 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 nein. Noch einen Tanz. Dann vielleicht. Prinz Edelhardt, ihr tanzt mit der Unbekannten. Sie ist weg. Wer die schöne Unbekannte empfindet, erhält tausend Goldbekannten. Tausend Goldbekannten? Goldbekannten? Es ist aus. Egal. So, jetzt hier. Schon drei Tage dauert das Fest. Der Schuh, der gibt mir den Rest. Der ist so zierlich und so fein. Der passt nun wirklich an kein Bein. Wir tragen hier einen goldenen Schuh. Welcher Junge versteht er zu? Wen der Schuh, der passt allein. Wie soll es Prinzen Trautern sein? Das war nicht bloß. Mit Schnipp und Schnapp, die Ferse und die Fehr. Tut, was ich euch sage. Und verschwindet jetzt. Ritsche, ratsche, rutsch im Nu, flink in diesen goldenen Schuh. Wenn er passt, dann zum Gewinn, wirst du eine Königin. Klingelingeling. Er passt. Gut ist im Schuh. Die rechte Frau sitzt noch daheim. Ihr habt doch noch eine Züge-Tochter. Jawohl, hat sie, mein eigenes Kind. War sie auch auf dem Fest? Das glaube ich nicht. Weil sie ein Aschenbruch ist. Kein Blut ist im Schuh. Der Schuh ist nicht zu klein. Die rechte Braut, die führt er heim. Das hielt ich mir für die Generalprüfung auf. Doch ihr sagtet, gut bleiben. Wir meinen, dass sie mit dabei sind. Ich bin doch weiter. Du musst sagen, sieben Menschen kommen da an. Ja, zurück. Deswegen lief sie alle da. Die Schuh, meine Leute. Ihr macht die erste Reihe und verbeugt euch. Wartet, bis die Leute platzen. Sie sind eine Zauberin. Sie finden, hier sind Tauben. Teule, Tauben, hierher. Da sind Kinder. Vielen Dank.